Bio-Abfälle im Landkreis Waldshut Ich war bei Oma im Urlaub. Da hatte ich den Rest der Karotte in die Biotonne geworfen. Und daraus wurde Biogas und Kompost gemacht. Wo soll ich diesen Rest denn bei uns hinwerfen? Im Landkreis Waldshut gibt es keine Biotonne. Wir werfen es in den schwarzen Restmüll. Aber unsere Familie hat einen Kompost, den mein Papa selber gebaut hat. Da werfen wir Karottenschein, Apfelreste und alle Küchenabfälle rein. Außerdem kommen da noch die Streu von unserem Hasenkäfig und die Gartenabfälle rein. Und was passiert dann? Im Kompost gibt es viele kleine Arbeiter. Regenwürmer, kleine Insekten und die Bakterien. Eigentlich kann man die ja gar nicht sehen, weil sie so klein sind. Aber ich stelle sie mir so vor. Und diese Arbeiter verwandeln die Bio-Abfälle in Erde. Mein Papa und ich helfen ihnen ein bisschen dabei, indem wir den Kompost umgraben. Aha, kommt die Kompostete dann wieder in den Garten? Ja, genau. Und dort wachsen dann wieder Karotten oder Blumen. Wir füttern mit Gemüseabfällen, Eierschalen und anderen Küchenabfällen unsere Hühner. Aha, und dann legen die Hühner wieder Eier und so geht das immer weiter? Ja, genau. Das ist ein Kreislauf. Also, die Hühner legen Eier. Wir warten damit an einen Kuchen. Die Eierschalen und anderes Rutter geben wir den Hühnern. Die legen wieder Eier und so geht es weiter. Beim Kompost ist es ja eigentlich auch so ein Kreislauf. Die Karottenschalen werden auf dem Komposthaufen zur Erde. Und darin können wieder Karotten wachsen. Und so haben wir wieder Karottenschalen. Also sind die Bioabfälle ganz schon wertvoll. Aber wir im Kreis Waldshut müssen sie selber in was anderes verwandeln, damit sie nachhaltig verwendet werden. Ein Erklärfilm der Klasse 3c der Grundschule Unterlauching.